Produktiv unterwegs besser werden. Ich habe ein Projekt, das im Mai und Juni über die Bühne gehen wird. Und dieses Projekt werde ich mittels Vlog begleiten und ihr könnt dabei sein. Es wird darum gehen, dass ich unterwegs arbeiten werde. Und zwar unterwegs produktiv und gleichzeitig so einen Erlebnischarakter in das Ganze reinbringen möchte. Der Plan ist nämlich folgendes. Ich werde im Mai drei Wochen mittels Airbnb in Straßburg sein und danach wiederum drei Wochen mit einem Wohnmobil und zwar von Bürstner durch Deutschland fahren und Richtung Nordsee rauffahren. Soweit der Plan. Schauen wir mal, ob das Wetter aushält. Und das wirklich Interessante dabei ist, dass das jetzt auf keinen Fall irgendwie so ein Erlebnis oder was auch immer Urlaub werden soll, den ich jetzt begleite. Ich meine, es ist auch spannend. Sondern der Hintergedanke ist, dass ich, während ich unterwegs bin, während ich quasi das hier alles eintausche, dass ich unterwegs produktiv arbeiten werde. Und die Challenges und die Herausforderungen und das Ganze Neue und welches Equipment ich mitnehme und so weiter, also die ganzen Fragen, werde ich hier mit einem Vlog begleiten. Und damit einfach diese Frage, ist es möglich, dass man unterwegs produktiv ist, damit beantworte, beziehungsweise beantworten, probiere. Und ihr könnt eben dabei sein. Ich werde jetzt nicht nur Mai und Juni begleiten, sondern ich werde auch davor, ebenso wie jetzt gerade, mittels Vlog einfach die Planungsphase, die Ideen, die Probleme, die Gedanken, all das mit begleiten und sozusagen einfach zeigen, auf was es ankommt. Es ist jetzt noch ein wenig Zeit, also wenn ich hier auf meiner Webseite schnell schaue, aktuell noch zwei Monate, 27 Tage, bis ich quasi losfahre, beziehungsweise bis wir losfahren, weil ich werde das Ganze nicht alleine machen, sondern meine Familie ist dabei. Das heißt, ich habe zusätzlich noch Challenges zu bewerkstelligen, also nicht nur mich und meinen Alltag von hier nach in die Welt verfrachten, quasi nicht so ganz weit in die Welt, einfach nur Deutschland und Frankreich, aber es ist in meiner Familie auch dabei. Und da meine Frau und mein aktuell drei Jahre alter Sohn. Und an was man da alles denken muss, wie man sich die Zeit einteilt, wie man dorthin reist, das alleine ist schon ein spannender Punkt, denn wir fahren ja jetzt nach Straßburg nicht mit dem Auto hin und hauen einfach das ganze Zeug in den Kofferraum rein und fahren nach Straßburg. Nein, ich habe ja seit drei Jahren kein eigenes Auto mehr und wir werden die Reise, ich sage mal, natürlich öffentlich, in diesem Fall mit dem Zug bestreiten. Und an was man da denken muss, weil auf einmal hat man nicht mehr so, ich nehme einfach alles mit, so es am Anfang mein Plan war, ich wollte wirklich viel mitnehmen, sondern man muss das Equipment immer weiter nach unten reduzieren und schauen, dass man mit möglichst kleinem Equipment, möglichst flexibel arbeitet und das Beste aus der Sache rausholt. Natürlich werde ich auch herzeigen, welches Equipment ich mitnehme, aber ehrlich gesagt, ich bin mir aktuell noch immer nicht sicher, was ich mitnehme und das Ganze muss quasi zuerst noch entwickelt werden oder wachsen. Also diese Idee, was nehme ich mit, was möchte ich unterwegs machen, was sind die Anforderungen, wie möchte ich arbeiten, welche Projekte möchte ich tun, also möchte ich umsetzen. Da bin ich einerseits noch quasi in der Planungsphase, andererseits sind noch wichtige Gespräche vor mir und erst mit einer Kombination aus beiden kann ich dann wirklich final sagen, was ich eigentlich alles an Equipment mitnehmen will oder auch muss. Und wie gesagt, der Plan ist, weniger ist mehr, denn wenn man im Zug unterwegs ist, dann will man nicht so viel schleppen, beziehungsweise generell ist mein Ansatz immer so, mit weniger Equipment muss man einfach kreativer arbeiten. Natürlich ist schon einiges dabei, also ich fahre jetzt nicht nur mit meinem Smartphone, sondern ich habe wahrscheinlich zwei Kameras mit, ich habe vielleicht zwei Actioncams mit, eben die hier und die hier. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch quasi den Ton und viel Strom, weil Wohnmobil und so und vorher drei Wochen in Straßburg. Also da sind einige Fragen, die noch offen sind und die quasi beantwortet werden. Ich nehme euch einfach auf die Reise mit, schon vorher in die Planungsphase und dann danach wirklich bei der Umsetzung der Projekte und da werden wirklich spannende Projekte dabei sein. Okay, das einfach so kurz zum Preface. Wenn man auf die Webseite schaut, martinderst.at slash unterwegs, die ich dann mit Content befüllen werde, da wird man auch schon einige der Partner sehen, die schon dabei sind. Diese wachsen und sind auch, ich bin jetzt auch gerade in dieser Planungsphase dabei, dass ich Partner anschreibe und einfach schaue, wer eben dabei sein möchte und mich auch bei dem Projekt natürlich in gewisser Weise unterstützen. Und das Ganze wird unglaublich spannend. Ich freue mich schon wirklich drauf. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass ich jetzt nicht gerade schlecht schlafe, aber mir permanent irgendwelche Dinge durch den Kopf gehen, die mit diesem Projekt zu tun haben. Andererseits zum Beispiel auch mit dem Master an der FH, der ja quasi gleichzeitig geplant wird. Da gibt es auch ein paar Überschneidungen, die nicht ganz so einfach zu lösen sind. Aber es wird einfach Mittel und Wege, Technologien geben, die diese Probleme lösen. Und genau da werdet ihr eben dabei sein. So genereller Plan, ich werde einfach, wie gesagt, zeigen im Vlog, welche Software ich verwende, welche Software ich zur Bildbearbeitung oder zum Schnitt verwende, welche Software ich zur Planung verwende, welche Software ich verwende, um jetzt meine Gedanken zusammenzuhalten, damit ich auch noch Platz für andere Dinge habe. Ich werde die Hardware vorstellen. Ich werde generell Probleme vorstellen, die man lösen muss. Gerade bei längeren Reisen gibt es auch einiges, was Geld sparen kann. Wie das Leben dann im Wohnmobil sein wird, wie man unterwegs im Wohnmobil arbeiten kann, wie man Internet haben kann, auch noch ein großer Punkt. Und generell diese gesamten Überlegungen muss man sich einmal gestellt haben, beziehungsweise man kann, also ich habe jetzt schon gemerkt, man kann nicht an alles denken, beziehungsweise man kann nicht auf einmal an alles denken. Und darum werde ich, wie gesagt, jetzt die Planung schon dokumentieren oder dabei sein, immer wieder einen Vlog machen. Und danach natürlich bei der Umsetzung auch direkt auf diese Probleme eingehen und wie ich aus diesen Problemen gelernt habe und wie man daraus wieder besser werden kann. Das ist so der Ansatz, um was es hierbei gehen wird. Also, abonniert meinen YouTube-Kanal. Es wird dann eine eigene Playliste geben. Also, wenn ihr das anschaut, seid ihr wahrscheinlich sogar schon in dieser Playliste drinnen. Es gibt die Webseite martindörsch.at slash unterwegs, auf der diese Videos und auch die Blogposts entsprechend gepostet werden. Und dann kann ich eigentlich nur mehr sagen, los geht's, ab und einfach bestehende Systeme einfach überdenken, neue Wege gehen und daraus dazulernen und besser werden. Und dann geht's, ab und einfach bestehende Systeme einfach überdenken. Und dann geht's, ab und einfach bestehende Systeme einfach überdenken.